und gut ich dachte es wird starten am anderen lief und zwar noch mal ganz kurz ähm legends server schon erwartet am rechten um ich bin nicht mit capman da hat schon nur schon ob sie hier was getan hat nice gut er fragt direkt nach dem spiel dann machen wir uns den gefallen Köln Prozent um gut ich bin echt nur kurz hier um zu kontrollieren was ab geht das funktioniert das ist hallo das ist leer mein reaktor produziert noch das läuft super hast du theoretisch ein limestone ein ja ich probiere jetzt mal ob der einen emc hat er hat er nicht ich hab aber genug fuck kannst du mir was vorbeibringen davon wenn du mir kurz Zeit lässt ja das ist toll wusstest du übrigens das nether quartz ohr unter nether ohrs fällt und deswegen von den pigments angegriffen ist wenn du das abbaust ja ja gut ich wusste es auch nicht ich bin gestorben aber hat zum glück meine gasträne nicht verloren ich bin auch nur kurz um euch nachzuschauen ob alles äh gut gegen hier wie viele diamanten hat denn deine emc farm an einem ja in 24 stunden produziert ich weiß es nicht ich hab da keine diamanten drin ja am anfang aber halt keine ahnung knapp 15 bis 20 würde ich sagen echt so viel ne also ich glaube meine ist deutlich schneller weil deine hat ja in der halben sekunde wenn alles optimal lief in der halben sekunde jeweils äh ein dings gemacht ne block break ne wurscht egal weil die timer sind ja auf eine sekunde gestellt du hast zwar timer macht ergo in der halbe sekunde aber dir kommen die sterne mal nämlich hinterher aber ich hab jetzt vier cobblestones in einer sekunde ungefähr ja mit modular sockets wohlgemerkt das ist voll toll das ding ne ich brauch nämlich limestone weil sonst funktioniert hier nichts mehr beim hopper ist noch jede menge das der muss noch verdreifacht werden und dann vervierfacht und hast du nicht gesehen ja das geile ist halt ich habe sogar schon alles dann geschmolzen in einer schmelzkiste ich habe sogar tatsächlich eben ein wenig was für die bahn vorbereitet du hast dann blast furnace gemacht richtig und ich habe die tracks fertig und booster tracks ja coole sache auf jeden fall ich habe auch mal eben so in der schnelle mal zwei tötels gebaut aber ich würde das lieber vorher anhand der koordinaten ausmessen bevor ich irgendwo einen gang mache ja lass mich das machen ich studiere vermessung okay oh wie uncool mir hat es meine wurden pipes zerfetzt bei der sache im netter boah alter ich habe ja für die kack centrifuge habe ich ja gastränen gebraucht ja ich war im netter ne ich meine query oder was ne in der query glaube ich nicht wenn wir es will ich bin doch nicht wahnsinnig ich habe jetzt meine query einfach mal unter meinem grundstück sag ich mal gestellt damit ich da eine kette habe wow so kann man das natürlich auch machen ja ich habe jetzt nicht 64 mal 64 gemacht aber ja klar ich fasse bei dir cool wie hat diese buntenpap sich immer falsch setzen müssen das ist noch ein Stück weiter gebaut ja ich habe gestern ungefähr aus der viertelstunde sind viel mehr geworden ui toll mit was hast du denn die transportiert der derby ähm ok warte das ging da hin kannst du die kiste eventuell kann ich mir die kiste so ausleiten und die stellst du einfach auf den hopper drauf auf den hopper genau jetzt läuft das nämlich rein wird hier gecrushed dann läuft die ganze sache mal weiter ich kann mich hier noch schnell in die grundlagen meiner technik einwahlen hier sind drei öfen hier ist meine nahrungsquelle das ist die unglaublich geile kommstern fahren ja er ist tatsächlich schneller deutlich glaube ich hier ist mein ewig geiler reaktor den ich allerdings mal wieder drosseln muss weil der viel zu viel energie produziert glaube ich nein ich habe alle 4 auf 90 wie ging das nochmal äh der alt shift hast du schon eine verdreifachung eine vervierfachung mein freund eine vervierfachung hey brauche ich im moment noch nicht du wirst sie gar nicht mehr brauchen was aber ich äh versuche weniger auf im c zu gehen also nicht mehr als das erstmal so wie viel erf macht er denn erst noch okay er reduziert sich ja also äh die grundlagen des ganzen sind jetzt ja eigentlich relativ einfach also ich weiß dass die klim jetzt wahrscheinlich unglaublich an energie ziehen dürfte aber du siehst mein reaktor ja oh doch mein reaktor leert sich ja gut das haben wir gleich kannst ja vielleicht mal bei mir vorbeischauen ja ich schau mal sollte eigentlich gehen das einzige was mir im moment fehlt wäre ich weiß noch nicht ob ich unbedingt brauche aber äh slime boards kann man immer mal brauchen ansonsten halt einfach ein queryloch mit stein ausfüllen da ist sicher irgendwo ein slime chunk dabei dann ja ich wollte ein blast für alles noch bauen aber ich weiß nicht ob ich ihn unbedingt brauche ey das funktioniert schon mega geil hier alles gut also meine herzen verdreifachung läuft jetzt erstmal wieder glaube ich ja easy going nice das ist toll das wollte ich eigentlich nur gucken wie effektiv jetzt meine emc farm hier ist weil das ist schon hardcore eigentlich vor allem ich kann halt jederzeit noch effizienter machen indem ich jetzt hier die eine lava quelle die in der mitte ist nochmals der modular sockets hin stelle dann kann ich einfach doppelt so effizient noch machen was das doppelt sogar dreimal wenn ich dann in die mitte und an allen vier ecken lava mache dann haben die was drei lava intacks produzieren drei cobblestones in eine sekunde und das mal vier also zwölf also viel ich habe aber kein holz mehr irgendwie äh keine kohle meine ich für die modular sockets nein für meine öfen hahaha noch geiler oder ja ne ich habe hier oben am berg noch was glaube ich mit meiner eben verbraucht läuft alles ich habe das übrigens mit dem koppelsangenerator nur über die modular sockets gemacht weil ich einfach keinen bock hatte ähm mir einen äh aloismelter zu bauen okay das war primär der einzige grund aber ich meine hey es läuft immerhin ja kannst du nichts gegen sagen äh ja gut dann komme ich mal bei dir schnell vorbei man ich werde jetzt wieder viel zu viel länger aufnehmen was ich eigentlich will äh ich bin genau genial äh äh und ich werde dann auch nichts machen prinzipiell außer dass ich mir von dir äh 27 stext limestone organisiere damit meine herze vervierfache okay ja ich will jetzt nur aufklären dass ich einfach keinen leimstamm mehr habe und nachdem ich ja aktuell noch nicht im besitz einer quarry bin die ich mir erst noch craften muss und dafür brauche ich erst noch solar und dafür habe ich mir jetzt auch irgendwie das mit dem c gemacht dass ich halt die solarpanels mache und äh pipapo wollen wir den u-bahn eigentlich obererde schon oder unterirdisch anlegen würde unterirdisch sagen auch schade aber mir erst einmal über dich irgendwas schönes bauen da raus wenn es schön ist damit kenne ich mich aus einerseits unterirdisch juckt erstmal keinen und da kann ich keine ausbau warten überirdisch sieht es halt gleich jeder dass wir was gemacht haben und erstmal keine zeit mehr haben dafür dass du mir so erst nächste woche richtig starten dann höh mach die bahn ja weil ich ja weise gescheit was hast du schon alles auf die beine gestellt hier ach das sind marvel bricks oder ne das sind normale ach du passt auch mit normalen ACs so gut von weitem sieht marvel gar nicht mehr so furchtbar aus ach du heiliger was ist das denn aber er hat schon ist das auf stufe eisen ja gut das hier kenne ich ja noch du kannst die farbe übrigens viel effizienter noch bauen ne eigentlich nämlich in dem gewartet darf ich das schnell machen ja kannst du machen hier ist ein stein okay äh hier ist das erde hast du schnell zwei redstone torches für mich ja stimmt ach das ist die eiermaschine die habe ich einfach mal so spontan und gehe dahin da und weil meine quarry und pastex eier bekommen hat heilige scheiße what wofür hast du nur so viel obsidian wahrscheinlich wegen EMC oder ich bin in der quarry habe ich das alles bekommen und du brauchst wirklich drei stacks redstone androons die habe ich mit einem klick gemacht aus einem enden world oder aus zwei okay ich finde irgendwie keine ich habe die redstone torches gegeben oh ja voll so ich hoffe das funktioniert warte das stelle ich einfach mal woanders hin wir haben jetzt keine ordnung kommt aber alles noch äh fuck ich habe gerade eine redstone torch vernichtet ich brauche noch eine die ist in deinen EMC table reingegangen auf den kisten auf den kisten cool guck mal hier in der chest die hier einzig steht da ist sind oben die sachen für die die bahnen dann ich wusste nämlich nicht ob du das wusstest aber die timer sind unnötig kriegen die immer wenn man redstone torch da hat naja die redstone torch gibt dir das signal durch den redstone block weiter und äh also durch den auf den koppelstun der da gerade entsteht und der reicht noch aus um den hier noch zu powern jetzt nicht mehr ich glaube da wurde gerade ein kleiner bug abused warte ja aber stellen wir den mal auf oh gott oh gott ich hab erstmal auf 9 sekunden gut das funktioniert jetzt eher weniger gut sondern die seite hier dann machen wir die einfach mit timer ich hab erstmal auf 9 sekunden gestellt das heißt theoretisch sollte er eigentlich die können doch so hin oder die timer das heißt theoretisch sollte er dann halt wieder angehen wenn dann das timer signal auslöst sollte gehen was denn das dark matter ach so du siehst halt hier wie ab normal schnell das dann hier eskalieren kann hier ja naja also was in der einzelnen kiste die obere reihe ja läuft die untere reihe habe ich eben auch noch gemacht was bringt das überhaupt z der industrie das ist ein riesiger energiespeicher ach so ich glaub ich hab immer noch kein schwert ich hab eben das erschief mit overkill mit dem schwert gemacht nice habe ich auch noch zwei ich sterbe doch eh wieder nur ja doch kriegte mal gegen zum pickmann war so aus kann ich einfach dazu greifen nö das müssen wir aufladen das das funktioniert das bei mir ok normal letztes mit einem rechtsklick auf genauso wie diesen äh stone hier ist er fast da ah ja ok er ist ja auch die ganze Zeit nicht aufgeladen ja gut ich lade es aber auch nicht durch schlagen auf ok dann bin ich mal wieder bei mir drin und schaue ob ich noch irgendwas mache also z der industrie speichert rf nämlich man oder das ist richtig und wie viel kann das speichern zu viel zu viel weil ich meine ich kann ja eine modular socket machen in der ich viel energiespeicher upgrades reinhauen die auf extrem level extreme ich weiß nicht wie viel die speichern aber das dürfte wahrscheinlich billiger kommen wenn man davon so 20 hat also es speichert auf jeden fall weniger da kannst du mir glauben ja wie viel speichert denn dann der z der industrie ne millionen ne mehr ne millionen hängt von der große halt auch ab und von der flüssigkeit ich glaube aber es gibt nur eine ach das ist so ein toller kondensator quasi ja flüssigkeiten hast du ja nicht wirklich begrenzt also hast du ja nicht unbegrenzt weil terminal expansion nicht dabei ist du hast nur dieses es ist glaube ich ja säure was speichert die das ist der beste du speicherst mit dem minimum 150 millionen ja gut das ist viel kann man das schwertchen auch verzaubern ist das habe ich noch nicht ausprobiert aber weil ich damit keine tiefen aber warte ich glaube ich krieg keine tiefen aber kein ich bin auch kein einziges mal ein schwert ne warte es kann gar nicht sein nerf wahrscheinlich muss das mitm crit dann gemacht werden oder aa ja ein crit war das geheimnis CTL PXT Oh Gott Ja, grad schwierig Es wird übrigens eh grad Tag Ähm Ich wollte eigentlich Jetzt kann ich aufnehmen Ich wollte nur nachgucken, ob alles passt Und hab die Aufnahmen gemacht Ähm What passiert hier gerade? Holy fuck Okay, das ist Gut, scheinbar funktioniert das doch nicht ganz so gut Ich setze hier schon pur Silberdust Okay, es funktioniert nicht ganz so gut Ist leicht untertrieben Es funktioniert gar nicht Ich bleib bei meiner Verdoppelung Die verdoppelst du Wahrscheinlich Messer Raider wieder, oder? Mit ähm Den Solarpanels Guck mal noch kurz nach meiner Query Dann gehe ich auch langsam Aber Ich muss jetzt halt nur schauen, ob bei mir alles funktioniert hier Okay, mein Reaktor saugt sich ein bisschen leer Das ist uncool Wahrscheinlich, weil ich die Killen laufen habe Muss ich hier oben ein bisschen aufdrehen Also ein bisschen kacke, dass Mindfactory Reloaded nicht dabei ist Ja, ist schade Dann könnte man auch noch automatische Farmen normal machen Daran denke ich gar nicht Was denken wir noch? Ich bräuchte einfach nur einen fucking Retnet Controller Das kannst du bestimmt mit Computerkraft auch irgendwie lösen Ja, da kannst du so einen Computer machen Ja, ich brauche halt einen, der mir Zeit gesteuert Meinen Reaktor abhängig vom Äh Das ist schon mal gut Leider kenne ich mich damit nicht aus Ähm Dass der mir halt Äh Das Ding füllt und wieder leert Je nachdem Wie viel da halt Äh Drin ist Also Wie viel Energie im Speicher ist Glaube ich läuft das Ich verlege noch, wo ich genau mein Lager bauen soll Ob ich das überirdisch, also Beim Keller machen soll Das ist der Vorteil, wenn, dass ich ja nicht plane, einen Keller zu bauen Ich komme überhaupt nicht auf den Gedanken, etwas in meinen Keller zu packen Ich wollte halt auch so ein Und dann, äh, natürlich Maximum Size Reaktor und, äh, Batterie Ja, hat man irgendwann WTF, es gibt Maximum Size von Reaktoren? Ich weiß nicht, ob das 64x64x64 oder 32x32x32 war Nicht 100, nicht 256x256x256? Wenn es ein neues Update gab vielleicht, aber früher war es auf jeden Fall keiner Die Frage ist nur, was bringt dir so ein riesen Reaktor? Du brauchst viel zu viel Ilarium, um das Ding zuerst zu füllen Irgendwann hat man das Im Endgame ist das ja sowieso erst Ja, aber ich weiß nicht Ich meine, ich habe mir meinen Reaktor auch aus Diamanten gecraftet Also Deswegen hatte ich auch keine mehr Ich habe mir meine Batterie eben tatsächlich selber gecraftet Aber die ist auch scheiße teuer Ja, nein, mein Reaktor, ich Die Dinger haben ja eh EMC Und ich hatte einfach keine Kohle mehr Und deswegen habe ich dann halt Ja, die Batterie hat auch EMC, aber Kannst du auch direkt so herstellen Kann man der Quartz eigentlich jetzt in Grinder reinhauen? Äh, ja, aber nicht in Mace Arater Boah, da kommen wir auch gerade zwei raus Das rentiert sich ja zum Glück voll Supergeil Vor allem, ich habe jetzt auch nicht mal mehr ein Item Input für Den, äh, anderen Crusher hier Muss ich erstmal meine Sortieranlage bauen Ich kaufe es auch bald Ich muss eins haben Ich kann halt einfach jetzt nichts in meinen Sachen reintun Und ich glaube, ich habe keine Hopper mehr Ne, habe ich auch nicht Geil Ups Der ist jetzt nicht mal Applied Energistics drauf Und man verkackt noch mit Shift und Craften, ey Aber die Eisenschuhe nehmen wir auch gleich mal mit Und dann wollen wir auch gleich mal mit Und dann können wir auch gleich mal mit okay also merken wir uns theoretisch für der optimalen für das das alles funktioniert braucht man zwei crasher also ein für leimstern und ein für erze dann einen multi smelter 3 centrifuge und vier öfen damit sich alles zeitlich ausgeht centrifuge werden drei stück teuer hat er haben wir noch irgendwo das zocker drum liegen weil ich kann das ja alles über emc machen aber das ist auch nicht so sinn der sache ich habe angst dass mein mit limestone da überfüllt wird es hat jetzt bei noch nicht mal in einem viertel 40 steaks von 56 letztes mal war das war glaube ich 180 steaks wie viele upgrades hast denn drin drei egal wird schon passen wenn dann läuft sie in die kiste ja gut ich bin aber jetzt genau mit zweieinhalb stunden runter mit zweieinhalb ja ich habe nur heute zeit mal kurz die halbe stunde mal die query neu aufstellen schauen wir mal jetzt wünscht mir erst ein bisschen lack hier mit der herstellung von jede menge modeller sockets 3 raus dann habe ich mich 1250 minuten gespielt 150 so jetzt wünschen wir mal glück dass das jetzt funktioniert hier so und das kostet wie viel wow das ist teurer als diamanten ups aber so spare ich mir wenigstens gastränen da braucht man die wirklich ja du brauchst pro central fugue zwei gastränen hast du denn geguckt dass nein ich hatte keinen nerv mehr sorry dann müssen wir irgendwann noch mal eine fahren kein problem ja aber wirklich das war mir dann echt zu mühsam wieso brauchst du auch so ein ding oder was brauchst du für gastränen ich meine aber damit man mal eine über hat vielleicht ja wäre eigentlich sinnvoll ne ja wäre gar nicht schlecht gewesen naja ich war so heil froh als ich gestern endlich meine diese kack beiden gastränen hatte und da bin ich ja den ganzen Tag noch gestorben und na gut du hättest im Prinzip nur eine gebraucht dann ne ja und dann habe ich halt noch eine 2 und dann habe ich halt auf dem rückweg noch ein gast erlegt hatte auch noch mal einen gedockt und was im c betrifft bin ich eigentlich sowieso chronisch pleite musst du wissen jetzt war ich tatsächlich auch nach dem erst also der zweiten woche komplett gut ich muss die ganze anlage hier eh noch mal umstrukturieren fällt mir gerade auf aber ich glaube das mache ich nämlich einfach die kabel in die wand lege ja und dann lass ich es jetzt erst mal so durchrennen vielleicht kannst du mir irgendwie helfen dass ich die so baue wie du weil deine ist halt viel kompakter welche anlage meinst du denn von mir ach die ja von der rede ich ja gar nicht die ist eigentlich ganz einfach eine cobblestone ding ja nur ich hab halt gar keine ahnung davon du brauchst nicht wirklich das ist sogar wenn du ein tutorial von dem ding eingibst bei einem erzeug ist das das zweite was gezeigt wird wie man das baut du brauchst lava in text und item output beide stellst du bei grün auf port 1 und tust eine röhre oben rauf und dann stellst du noch lava daneben und dann generiert das ding automatisch cobblestone du musst nicht mal ein water intake dafür ok das ist schon hardcore geil ich glaube vielleicht kannst du mit dem wasser noch dazu mixen überhaupt sie dir herstellen vorstellen kann ich es mir ja oder ich baue halt direkt die blazer ja ne also das wäre mir glaube ich echt ein bisschen zu op finde ich auch also ich möchte schon ein bisschen also es ist ja schon nicht mehr realistisch aber es ist halt schon ein bisschen geil es ist nice to have auf einem stand bleiben also bin ich ja eh nicht wir sind eh drüber mit hänky mit hänky glaube ich die anderen beiden sind ja da wie auf wie drüber über gabriel und mein cube vom stand her ja gut das ist jetzt aber auch nicht so schwierig ja guck mal wie ich da ich da für sachen stehen hab und gültreaktor dann komplett erzvervierfachung auf ne cobblestone maschine ja ich würde nix sagen und die cobblestone maschine habe ich schnell hingeschissen meine ging ja auch schnell die hatte ich ja noch in der ersten woche das ist richtig äh habe ich noch irgendwo sachen mit denen ich meine achse bauen kann ich habe keine amethisten und keine saphire und keine rubine mehr ich habe amethisten gott ich hatte ja noch limestone über aber ich bin jetzt auf ne ja tu das ähm bis die tage bis die tage ja servus jetzt muss ich hier noch eine sache nachgucken ach ja anscheinend produziert die killen langsam genug dass der hopper hier nicht vollrennt aber hier ist es eigentlich sinnvoll das bisschen anders zu machen das ist mir nämlich so ein so ein barrel einfach mal hinpackt das wird erst mal reichen äh das mache ich noch kurz aber ja es wird jetzt eigentlich eh wurscht sein im moment noch ähm ich brauche ein barrel ah ich wusste es doch damit machen wir ja gleich sechs stück ne so gehen wir ähm na gut wenn er so ist machen wir auch gleich ein bisschen mehr noch ach verpiss dich oh gott ich kann eigentlich schlafen ne hä hä hoppla dann schlafen wir mal kurz dann optimieren wir noch ganz kurz die farm hier äh weil ist praktischer sei jetzt mal ist dann aber eh noch ok gut dann passt das schon mal ähm so eine barrel und dieses funktioniert wie folgt wir bauen jetzt noch ein paar zäune die wollen jetzt tun wir hier erst noch die vier barrels noch zu machen ähm so jetzt hier ein paar zäune gut das reicht nicht ok ähm 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 einmal das hier ähm ähm können wir uns mal anders machen hier ne 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 cierge ne 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 Sieh aber mal Eisen aus. Eisen kriegen wir jetzt eh nicht mehr. Jetzt noch mal auch noch 60. Das passt eh super eigentlich. Ähm. So. Gerade so dass das sich ausgeht. Äh. So. Und dann machen wir noch ein bisschen Holz wieder mal. Easy going. Dann machen wir noch ein Hopper. Ops. Na gut. Das müssten wir so machen. Äh. Und dann Hopper. Pisten, Pisten. Und Hopper Upgrade für Jabba. So. Das läuft jetzt wie folgt. Das stemmt jetzt hier hoch. Hauen die ran. Hauen hier ein Hopper Upgrade ran. So. Jetzt kann das nämlich hier absaugen. Das ist jetzt sehr ungünstig so. Tatsächlich. Tatsächlich. Kann das mit einer Iron Pipe das machen. Ähm. Fuck. Ich hab grad hier ein Problem. Das heißt hier. doch einmal mit Stunner und einer Cobblestone Pipes. Dann müsste das gehen. Weil ich meine nämlich die haben auch eh den Output auch wenn man nur Cobblestone nimmt oder? Also glaube ich jetzt mich zu erinnern. Also auch immer geil dass ich hier nie wieder reinkomme wenn ich hier mal draußen bin. hab ich das nicht irgendwo mal gehabt. Das läuft glaube ich alles tatsächlich über Hopper hier im Moment bei mir ne. Aber ich meine dass der Output auch funktioniert. Das kann man hier eigentlich ganz einfach schnell nachschauen. Wir haben hier irgendwo noch. Wir haben hier irgendwo noch andere Transport Pipes ne. Ne haben wir nicht. Äh. Ich wollte ja eh welche Craften. Fällt mir rauf. Sonst würde es nicht hier viel Sinn ergeben was ich hier sah mitgenommen habe. Das ist nämlich dann die nächste Frage ob das nicht hier nicht äh auch funktioniert mit einer Steinpipe. Ich meine nämlich schon. Ja geht auch. Kann mir auch sein dass die Steinpipe das war. Dass äh keine überflüssigen Items rausgeleitet werden. Gut der ist jetzt eh eh schon fertig. Ok. Gut. Oh man. Dann machen wir hier jetzt eigentlich eine. Iron Pipe. Die ausschließlich nach oben weiter leitet. So. Tricklamp geht jetzt eh da nahe. Und die hier. Jetzt haben wir dann. Und. 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 So. Ich sterbe hier gleich an Fallschaden. Das ist halt jetzt alles schon ein bisschen Feinjustierung weil ich ja hier eigentlich. Insgesamt. Später mal alles haben will von mir aber. war. Also wirklich alles und zwar auch perfekt sindiert. Finde ich viel cooler. oder. So. So. Die Frage ist jetzt hier alles in das Centerfuge drin. ist natürlich als kacke aber hier wenn ich dann war denn jetzt kann ich ja auch aktuell kann ich nicht mal aber später dann muss ich dann den hopper und das ding gleichzeitig eine koppelsternpiper setzen dann krieg ich das hin das hier du wirst ja mal schauen wie ich das dann genau machen also weshalb er jetzt gerade perfekt linieart durchlaufen und im optimalsten besser und später wenn man das ganze so handhaben dass das alles nebeneinander steht schön 30 fliegen nebeneinander unten strom item input von hinten nach oben item output ist vielleicht das genialste das so hinkriegt es lässt sich glaube ich einrichten allerdings jetzt nicht genau in der vorne muss ich alles hier noch mal umstellen glaube ich so lustig da kann ich hier theoretisch an die seite die man nie was immer sieht irgendein upgrade von klatschen ist keine saubere auch ja dann noch wird auch spannend wie man das handhaben auch wenn wir damit koppelstern höre es ist also auch blöd weil sie dort immer kacke aus dann außer wir machen strom von ich weiß was geht strom bleibt von unten input von oben output nach hinten dann wird es gehen ja wenn wir das da echt gehen er ist ja mega kann ich hier mit einer kolst und transport arbeiten was super funktionieren würde ja nice fast sagen das machen wir so gut der quick climb sammelt sich jetzt auch schon da ist das bei langsam auch schon richtig am platz ok gut dann das connecte ich jetzt mal das nächste machen wir uns ganz ganz viele tolle optimierungsarbeiten und sorgen dafür dass unsere erste verarbeitung immer schön synchron läuft und dass es da nicht irgendwie zu problemen kommt dass ich irgendwo staus gibt das wollen wir nicht da wollen wir drei cent schiff jugend und halt vier öfen weil seine erzungen vierfachung ist weniger und dann sollte das passen auf jeden fall war es aus